Chalvea kocht heute Nachtisch mit Baiser. Wie man Baiser macht, habe ich euch im Video verlinkt. Ihr könnt es aber auch einfach kaufen, ist kein Problem. Das wird gebröselt in Schichten. Hier in ein kleines Glas. Als unterste Schicht nehme ich die Merinken. Schön bröseln. Reste auch rein. Dann eine gute Schicht Naturjoghurt. Der muss auch überhaupt nicht gesüßt sein. Der darf durch natürlicher sein, weil der Zucker unten drin so süß ist. Dann wird das Ganze mit Obst garniert. Hier Himbeeren, wir haben es aber auch schon mit Pflaumen versucht. Noch ein bisschen Merinken oben drauf. Fertig, das war es schon. Es ist super lecker, aber ihr solltet es nicht zu lange im Voraus machen, sonst schmilzt der Zucker. Guten Appetit! Guten Appetit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017